Ich habe eine großartige Familie und ich kann mich, selbst wenn ich nur wenige Minuten oder mal eine halbe Stunde mit ihr habe, ich kann mich dann wunderbar erholen. Ob sich meine Familie mit mir erholt, ist eine andere Frage. Aber ich finde das zumindest den Hafen, in den ich immer wieder gerne einfahre. Und es ist großartig, diese Umgebung und diese Unterstützung zu haben.